Ja, danke und auch ein Hallo hier im Raum und natürlich zu Hause vor den Bildschirmen. Mein Name ist Melanie Ullrich, ich bin Personalreferentin bei Total Energies. Neben mir einer unserer dualen Studenten, Niklas Rambaud. Bevor ich ein paar Fragen an Niklas habe, möchte ich kurz die Frage klären, was macht Total Energies eigentlich, wer sind wir? Eins der beiden Logos hat vielleicht jeder schon mal von euch gesehen. Die Umstellung und der neue Name Total Energies sollen nach außen hin nochmal sichtbar machen, dass wir uns mittlerweile von einem Mineralölkonzern hin zu einem Multi-Energie-Unternehmen gewandelt haben. Sichtbar sind wir wahrscheinlich vor allen Dingen mit unseren zahlreichen Tankstellen. Am Bereich Tankstelle kann man auch sehr gut sehen, neben den klassischen Kraftstoffen bieten wir immer mehr erneuerbare Energien auch an den Stationen an. Hier kann man den Wandel ganz gut sehen. Wir sind aber noch viel mehr als nur Tankstelle. Wir sorgen im Winter auch für eine warme Wohnung und wenn es doch mal weiter weg in den Urlaub gehen sollen, sorgen wir für den nötigen Treibstoff. Nun meine Frage an dich Niklas, was hat dich denn vor zwei Jahren bewogen, dich bei Total Energies zu bewärmen? Ja, erstmal von mir auch ein Hallo. Und ja, mir war von Anfang an bewusst, dass es schwierig wird, in solch einer Branche zu arbeiten. Aber wie Melanie bereits erwähnte, wollte auch ich persönlich etwas dazu beitragen, von diesen Mineralkonzernen, zu diesen Multi-Energie-Konzernen, der wir heute sind, ja, zu dieser Umformulierung einfach etwas dazu beitragen. Aber ja, ich wollte dann letztendlich einfach bei einem Konzern arbeiten, der sein Umfeld jeden Tag durch neue Innovationen ein Stück besser macht. Aber sind wir mal ehrlich, neben diesen ganzen persönlichen Ambitionen war natürlich das gute Gehalt und 30 Tage Urlaub im Jahr, ein weiterer Grund, warum ich mich am Ende für Total Energies entschieden habe. Kannst du uns einen kurzen Überblick über weitere Ausbildungsmöglichkeiten bei uns geben? Ja, sehr gerne. Ich persönlich mache momentan mein duales Studium. Das wäre in Berlin, genauer gesagt am Hauptbahnhof. Und ja, da bieten wir das duale Studium BWA Industrie an. Aber neben diesem dualen Studium bieten wir auch andere kaufmännische Ausbildungen an. Und zwar einmal für Industriekaufleute und für großen Außenhandelsmanagement, sowie für das Digitalisierungsmanagement. Außerhalb von Berlin würden wir dann in Brunsbüttel den Chemielaboranten anbieten oder auch Chemikanten. Zu guter Letzt in unseren Tanklegern Dresden und Hartmannsdorf würden wir dann eine Ausbildungsstelle für den Mechatroniker anbieten. Danke. Jetzt bist du zwei Jahre schon fast dabei. Wie fällt dein Fazit aus? Hast du es bereut? Ganz klar ist nein. Nein. Also von Anfang an, seit der Einführungswoche war mir klar, dass der Umgang zwischen uns Studzubis bei Total Energy einfach familiär ist. Und egal ob wir Teambuildingaufgaben mit Bravour meistern oder ein exquisites Fünf-Gänge-Menü zusammen kochen, wir haben immer Spaß. Und ich kann, denke ich, für jeden reden, dass wir, egal was wir machen, wir einfach miteinander lachen können und Spaß haben. Neben diesen Team-Events, die wir haben, kommt auch manchmal der Tour total komplett zusammen. Dann feiern wir ganze Sommerfeste oder auch der Neujahrsempfang neulich. Und ja, da haben wir auch alle zusammen einfach mal Spaß und da sind schon so manche interessante Gespräche entstanden. Ja, aber neben diesen ganzen spaßigen Sachen bietet unsere Plattform Aktion auch Platz für eine ehrenamtliche Arbeit. Dort kann man seinen Team-Tag nutzen, um gemeinsam die deutschen Kinderschutz oder auch die Tafel zu unterstützen. Vielen Dank, Niklas. Ja, die Zeit hier ist knapp. Ihr findet uns an Stand 62. Wir freuen uns auf weitere Gespräche, auf weitere Fragen. Und für die zu Hause an den Bildschirmen, seid spontan und kommt einfach gerne vorbei oder besucht uns auf unserer Webseite. Dankeschön.